Kennst du nicht auch die ewige Diskussion, ob deine Aktivitäten im Marketing überhaupt irgendetwas bringen? Meine Vision ist es, dein Marketing besser zu machen. Mein Name ist Chris Bejeler und ich bin der Gründer von Beyonder. Jeder, der hergelaufen ist, könnte eigentlich sagen, easy, wir machen da ein bisschen Marketing. Das kann ja heutzutage sowieso jeder. Ein paar Klicks auf Facebook und dann läuft es. So einfach ist es dann doch nicht. Denn Marketing ist nicht einfach nur eine Kategorie oder ein Sparte oder ein Instrument, das man bestellt. Sondern im Marketing geht es darum, alle verschiedene Instrumente zu bedienen und die Klaviatur des Marketings zu spielen. Wir docken bei dir an. Bei dir als Person, bei deinem Team oder im gesamten Unternehmen. Wolltest du mehr über Beyonder wissen, wer alles Teil von deinem Team könnte werden? Dann scroll weiter runter, klick dich durch unsere Navigation oder nimm ganz einfach mit uns Kontakt auf. Wir strukturieren dein Marketing, machen es messbar und zeigen durch das den Erfolg.